Wenn es heute ähnlich wird, es wird natürlich hier kommt unser Vordor, ich zog's wieder gegen ihn sein. Die Bayern-Vier-Mannschaft und jeder Einzelne will nachdem der Champions League. Das Einzelne gegen Lissabon und die starke Leistung der Werks-Elf haben Appetit gemacht auf eine Leanderung gegen eine allerdings bildlich starke und selbstbewusste Mannschaft von CDU St. Petersburg. Wir wissen natürlich, dass Zenit eine sehr gute Mannschaft ist, insgesamt. Genau, was die Geschlossenheit angeht, die Vitalität angeht, dass man auf mich einen sehr guten Eindruck macht, weil wir von daher eine große Aufgabe haben. Die Bayern-Vier aller Anfall selbst, wo es angeht, blitzschnelle und brandgefährliche Kombinationen machen es den Gegnern proportional oder international schwer. Es geht nun gegen Zenit die Leistung von 90 Minuten zu konservieren. Die Bayern-Vierer müssen auch schwer sein, aber es muss auch schon klar sein, wenn wir spielen. Trotzdem waren wir in der Lage, um das Spiel an den Weg zu bekommen. Das Spielcheck ist nicht wahr. Das ist normal.